Ja, ich nicht, ne. Elendig abgefeilt. Tja, so sieht's auch aus. Oh, ich will jetzt mein... Nur weil ich Deutscher bin. Ich will jetzt mein MG haben. Mann. Warum bin ich da nochmal reingelaufen? Weiß ich nicht. Nein, nicht sprechen. Aber nur nochmal He-Mail vielleicht. So, ich muss da ein. Meine Geschichte sei... Das ist mir hebel, das ist eine Karte. Vielleicht bin ich... Du kannst ja eine Basteln so aus. Der würde es mir verbinden. Wie machen wir das bei Minecraft? Aber ich versichere euch. Das stürzt jetzt irgendwas auf den Weg. Das muss ich hier rein. Ja, ich ist... Ah, nee, das ist es noch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das geht. Nee, 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 ich weiß. Da muss man erstmal nach unten. Nicht wahr? Doch, es ist hier. Das dort musst du einsammeln. Das war's, unter der Treppe ist. Ach ja, darum, bevor ich sterbe. Die Gästezimmer, in denen mein Vater... Das ist ja auch eine Chloa. Das muss mein Leben auch... Ich weiß nicht. Ja, genau, wenn ihr acht Sonnenworten aufgenommen habt, erhaltet ihr... Erhaltet ihr durch einen neuen... Gesehen davon, dass das da gerade stand? Naja, das hätte ich halt vorgelesen. Ich glaube, man muss jetzt hier und dann an die Säulen, oder? Äh, da oben dran. Ja, so nix. Ja, so nix. Da oben jetzt dran. Oh, ho, ho, ho. Mensch, bist du Styler. In welche Richtung muss ich ihn jetzt? Keine Ahnung, kann sich umsehen. Ich glaub noch nach vorne. Ich glaub, du musst da hinten gleich auf den Schrank. Du musst jetzt nach da hinten. Nach vorne, oder? Ne, ja, nach da. Nach so. Nein, nicht nach da, in die andere Richtung. Doch, da ist doch nun die Stange gewesen, oder? Ja, aber hier musst du eigentlich normalerweise wo? Weiß denkst du so? Echt? Ja. Nehm Tutorial Dingsbums. Hallo! Ja, hallo! Ne. Tja, wo muss ich jetzt hin? Da oben. Nein, geradeaus weiter und dann nochmal weiter. Ja. Da macht er so einen Mega-Jump und dann fliegt der erstmal hoch. Ach! Anders hinsetzen. Da siehst du, da ist noch eine Stange und dann... Wow! Da ist noch eine Stange, ja. Und wo muss ich jetzt? Ach, so nach nach oben. Ja. Ha! Siehst du? Der kann sich mit seinen Krüppelfingern an so'n klein Ding festhalten, aber wenn er acht Meter in die Tiefe stürzt, ist er tot. Zumal er sich doch unendlich lang da dran hält. Und da siehst du auch jetzt hinten auf dem Rücken, es ist nicht das Schwert, was auf der Hülle ist, was er da hat. Ups. Hä, wo? Da hinten auf das Schwert, was er auf dem Rücken hat. Das ist nicht das, was er auf der Hülle hat. So, wir machen jetzt eine Akrobatik-Stunde. Ui! Ui! Rhythmische Sportgymnastik. Ein Krempel. Ja, ja, ja. Das bin ich ja richtig. Ja, natürlich. Komm nicht gleich so mit. Käfer? Käfer? Hä! Was muss die denn hergekommen? Die ist da längst gelaufen. Da haben sie sich nur an den Schrecken versagt und ein Phantom geboren. Du musst weiter. Ich will man nicht wieder vor. Ich will die Deko nicht zerstören. Im halb zerstörten Palast. Ja, die Deko gehört mit zum Spiel. Auch diese mega geilen Sande hier. Staub-Effekte. Die sind auch geil. Ui! Irgendwann schleudert es so einen Darm nach draußen bei so einer Aktion. Joa! Kakao, man. Das war jetzt so unpasst. So ein totaler Insider, den niemand verstehen wird. Abgesehen von uns. Blaster! Das darfst du nicht sagen. Das muss ich jetzt ausblenden. Ausblenden. Wie willst du das ausblenden? Im Nachhinein so den Ton ausmachen aus dem Videoabschnitt. Ja, ausschneiden, meinst du wohl. Nein, raus wichsen. David, das ist nicht gerade sehr appetitlich. Ja, und du auch nicht. Schon gar nicht ohne Hose. Zieh deine Hose wieder an! Ja. Wir spoilern hier auf den Feinsten. Für das Niveau. Kann man das essen? Ich glaube, jetzt muss man da nach unten, oder? Ja, C. Da steht doch auch, drück Abbruch in Klammern C, um die Stange loszulassen. Ja. Huah! Huah! Lass du erst mal dann zum ersten mal diese Fettenkeits. Ich will aber den... Alter, was soll das? Ich finde die Steuerung leicht krüppelig. Ja, die sind manchmal ein bisschen. Ja, so ist erst mal den da. Der sah so ein bisschen aus wie so ein Viech aus dem anderen Spiel, das ich spiele. Welche? Das sag ich dir nicht, ey. Ich will ja Alien spielen, aber... Oh, weiß ja. Was, dein Rechner ist zu doof. Ja, mein Rechner ist zu doof. Ich hab nur ein Netbook und... Ich hab auch ein Netbook. Ja, und? Aber ich hab nie ein Netbook. In einem anderen PC. In einem anderen PC. Ich hab mir einfach warm da. Hu! Heia! Drum! Ich hab keinen Bock mehr zu Domdomdom. Ähm, ich hab das auf einer Festplatte. Ja, aber ich glaube trotzdem. Verlege ich das ja auch so. Ja, und? Es dauert zwei Minuten, dass es zu überspringen. Aber Kalle ist Kalle. Nein, ich will da hin. Du mal zurück, wenn er nicht hört. Wir können auch mal. Wir können auch gleich mal Zeitlupe anschalten. Ist das schon? Zeitlupe anschalten? Wo ist hier jetzt die Kloake? Ja, Zeitlupe. Wo ist die Kloake? Ich hab Durst. Das ist hier für die Decken. Die hat kein Kloake. Jetzt rennt man da und dann... Nein! Musst du abspringen. Jetzt an die Wand, ne? Ähm, falsch. An die Wand. An die Wand. Ich denk, man muss dann nach oben. Ja, aber du musst an die Wand springen und dann wieder abspringen. Weißt du? An die Wand. An die Wand, ja, was heißt's. Aus. Man hat das. Man hat das. Man hat das. Ja, die Ausgabe. So, jetzt ging das so. In die andere Richtung. Und dann. Spring. Und dann nach die Ehe. Perfekt. Und dann wieder an die Wand. An die Wand. An die Wand. Später, du brotst und so oft abgefällig, haben wir die Zeit zurückgestellt. Ja, weil das noch nicht ging. So, es kommt doch, das ging. Jetzt geht er rein Wie dummer auch ist, wenn er immer unmächtig wird, dann kommen auch gar keine neuen Sanden um die oder so, ne? Das find ich immer geil Und irgendwie hat die Tutti ja auch erzählt, die waren mehrere Stunden unmächtig Nachdem sie diese Dinger gesehen haben Ja Wir nehmen jetzt schon 25 Minuten auf Das ist ja Moment, Moment